Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Max und ich begrüße euch zum amerikanischen Truck Simulator und das ist heute der erste Speedtest und dafür habe ich ja den Ford F-150 ausgewählt. 600 PS, mal sehen wie schnell er ist. Wir werden auf jeden Fall erstmal auf die Autobahn, werde mal das hier anmachen, stelle mich mal hier hin, mach das an und ich habe auch Kilometer umgestellt. Ich denke mal, es ist für den einen oder anderen wesentlich einfacher mit den KmH-Zahlen umzugehen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. Ich werde gleich runterzählen und wenn der Drehzahlmesser anfängt rumzuwackeln, dann geht's los mit die Stabuhr. Also, auf die Plätze, fertig, los! Der hat aber ein bisschen gebraucht. 600 PS sollten eigentlich eine gute Zeit bedeuten. Ah, der ist natürlich auch ziemlich schwer, ne? Und, 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 100, ja! Und jetzt werden wir mal schauen, wie schnell wir uns hier bewegen. Das Gute ist ja, dass die Autobahnen hier sehr, sehr, ja, lang sind und geradeaus gehen. Und die Polizei hält mich überhaupt nicht auf. Interessiert die überhaupt nicht. Ja, 150 haben wir geschafft. Und jetzt wird's da vorne ein bisschen enger. Oh! Und der fährt sich verdammt gut, muss ich sagen. Na, warte, 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 100... Ah! Oh! Ui! 153! Und... Schaffen wir da auf jeden Fall noch eine bessere Zeit! 157! Ging ein bisschen bergrunter! Oh ja! Ach, der hat auf jeden Fall ganz schön zu tun, hier ordentlich, äh, die Geschwindigkeit zu kriegen. Aber er ist ja auch kein Auto. Ja, ja, jetzt wurde ich geblitzt. Jetzt müssen wir mal hier durch, hier! Und noch einen kleinen Unfall gebaut. Also, sich weiter stören. Mann, Mann, Mann! Hier kann man auf jeden Fall ordentliche Speedtests machen. Schaffen wir die 160? Haben wir die 160 eigentlich schon nicht schafft? Ich weiß gar nicht. Ne, ich denke mal, bei 153 ist hier Schicht im Schacht. Ich würde jetzt so sagen, dass er mindestens 10 bis 12 Sekunden gebraucht hat von 0 auf 100. So, von meinen Empfinden her. Da waren ja schon mal andere Fahrzeuge, die waren wesentlich schneller. Und jetzt werden wir mal schauen, ob dieses Auto auch fliegen kann. Ja, ja, jetzt blitzt mich doch nicht immer wieder. 158, 159! Das ist doch super! Und wir werden jetzt mal was machen, was man nicht macht. Und zwar... So. Das gucken wir uns einfach mal an, wie wir die Volkspolizei mal ein bisschen ärgern. Ja, das sieht ja schon mal super aus. Da haben wir ja alles geleistet. Ja, 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 so ist es. Ja, das soll es dann aber auch gewesen sein. Hier wird es auch eine ordentliche Strafe geben. Und das war erstmal der Speedtest. Das erste Mal, wir werden auf jeden Fall nicht so viele Unfälle sehen, weil die Straße doch ziemlich gerade ausgeht. Das bedeutet, wenn wir dann irgendwann mal so ein Ferrari oder sonstige Sachen, ja, nutzen können, dann kann es durchaus sein, dass wir dann einfach mal, ja, 300 fahren. Vielleicht schaffen wir das irgendwann mal. Und ja, mit den Worten, macht der Maximus erstmal einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.